Vokabeln rund um das Thema. Woher kommst du? Woher kommen sie? Ich komme aus Russland. Wir kommen aus der Türkei. Wir kommen aus der Türkei. Wir kommen aus Russland. Ich komme aus der Nähe von Casablanca. Das Land Die Stadt Die Stadt Wo ist das? Das ist eine Stadt in Marokko. Das ist eine Stadt in Marokko. Herzlich willkommen! Asien Europa Afrika Nordamerika Südamerika Australien Australien Ich komme aus Marokko. Ich komme aus Marokko. Ich komme aus Marokko. Ich komme aus Marokko. Vielen Dank.